Der Coupé kommt dresen. Das ist Flickern. Flickern liegt immer unter einer Decke. Und jetzt hat er einen neuen Freund. Der ist von Alaska. Das ist wie Flickern. Manchmal zeigt Flickern auch Zähne. Und jetzt haben wir Besuch beim Esel. Hier ist der Esel. Sie liegt nicht oft, oft kalt und liegt immer unter einer Decke. Das ist Lieblingsdecke. Aber auch meine hat sie gern. Sie schläft sehr viel, viele Stunden. Und nachher ist sie ganz fröhlich. Jetzt habt ihr gehört, dass es etwas zum Essen gibt. Nein, es schmeckt. Ah, und dann streckt sie sich. Und hat Lust, um etwas essen. Toll ist der Süd. Niedig. Jens, ich will nicht mehr. Und... Junge am Ringen, ich würde jetzt... Tschüss. Looks fine. You